echt schicke ja so wir schauen uns aber erst mal hier um wo 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 es hat oh man so da drin ist es oder notiz des widerstands Das ist noch ein Feind, der ist tot. Ach, nö. Beschlossen, Strom benötigt. Ah, ok. Strom gibt's außen, wetten. So, da ist ein Kabel. Naja, finde, schon klar. Da ist ein Stromkabel? Ah, hier lang. Ah, diese Scheiße mit dem Bliss, Alter. Willkommen im Bliss. Ja, ja, ich will doch bloß den Stromschalter finden. So. Ah, da können jetzt alle... Wow, 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 wow. Ist das dein Ernst? Warum macht die sowas? Ist die doof? Ah, das sind Unzerstörbare. Hä? So, jetzt bin ich maximal verwirrt, hey. Willst du das nicht ein bisschen verbrennen? Oh, da ist eine Schlucht. Da ist eine Schlucht, das habe ich gesehen. Xen oder das? Oder? Ach, was soll's. Was? Alter, Finny, der wärst ja vollrahmdösig. Warte, Klapperschlange, Klapperschlange. So. Ah, hier ist Öl. Alter, Finne. Wo geht denn das hier lang? Nur für den Stromkasten. Hä? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was? Was? Oh man, echt jetzt? Ah. Äh. Jetzt dürfen wir das Ganze noch einmal machen. Willkommen im Bliss. alten Rand. Da gibt's immer noch nichts, oder? Na. So, hoch, hoch. Da oben ist schon wieder einer verletzt. Das haben die schon gut gemacht, hey. Zack. Ah. Schade, dass man da die Haut von der Schlange nicht mitnehmen kann. Ah, ich hab zu oft auf leer gedrückt deswegen, da kam der Gleitschirm raus. Und dann bin ich halt dagegen geklatscht. Das wird vielleicht der Fehler gewesen sein. Gut, haben wir das auch geklärt. Schon wieder der Schatten. So. Da ist nüscht, wa? Ne, da ist überhaupt nüscht. Wieso zeigt mir das Grün an? Blödisch. Naja. Super Leuchte, ha? So, der Strom ist auf jeden Fall wieder an. Der ganze Scheiß wird rausgesaugt. Das ist immer sehr gut. Warum zeigt sie mir das Grün an? Das sind doch Feinde. Und da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein. Auf diese Spacken. So, dann gehen wir vor und können dann hoffentlich die Tür öffnen. Solange jetzt nichts Unerwartetes noch passiert, was ich vermute. dass da noch irgendwer rumkrebst. Das war so klar. War das auf der 3? Auf der 3, ja. Schrotflinten gibt es jetzt einmal. Oh, da drüben ist noch was. Das habe ich ja komplett übersehen. Dynamit, jawoll, jawoll, jawoll. Okay. 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 Das war so eine Sauerei. Was die aushalten. Ah, wenigstens 12 Schuss. Gut, 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 gut. So, wie schaut es da aus? Der schaut gut aus. Wunderbar. So. So, jetzt ist da. Das wusste ich doch. Die stehen alle auf, diese Lappen. So. Jawoll, da kam der Lootfinger durch. Habt ihr es gehört? Brrrr. Schicke, schicke, schicke. So. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft. So, jetzt ist mal raus aus dem Scheiß. Was? Das könnt ihr noch nicht machen. So. Da ist wieder ein B. Da ist ein B, ja. Alter, echt jetzt? So. So, das gibt ein bisschen Kohlen und ein bisschen Material zurück. So, können wir gleich mal schauen, was hier drin ist. Uh, was hast du denn hier drin? Oh, und jetzt Auto. Das können wir auch gleich nehmen. Für den nächsten halt. Was haben wir hier? Warte mal. Ja, warte, wir wollten eigentlich ja den Außenposten machen, aber komm, wir fahren zurück zum Gefängnis und machen schnell die Quest zu Ende, weil ich glaube, wir haben alles. So, das war die Geschichte, ne? Haben wir alles für die Quest? Ja, Hammer. So. Warte mal, kann man da nicht irgendwie den Weg einzeichnen? Nee, folgen? Hm. Wegpunkt setzen, scrollen. Mhm. Ja, wir müssen ja... Wir wissen ja, wo wir ungefähr hin müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob... Nee, es waren... Boah, das ist eine Scheißkarre. Da wollte ich hoch genau und dann die Straße entlang und dann über die Brücke. Ja, das ist ein Plan. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Also die hat ein... Das muss ein Hektriebler sein, so wie der sich fahren lässt. So. Da ist die Hängebrücke. Sehr gut. Wie kommen wir da jetzt automatisch hin? Ja, gell? Alter Fähne, das ist ja keinerlei Wahnsinn. Ich fesse wie auf rohen Eiern. So. Wo ist denn jetzt da die Hängebrücke? Ganz kurz. Müssen wir kurz aussteigen. Ist gar nicht wahr. Alter, echt jetzt? Ich geh rein. Ja, du gehst nirgendwo rein. Lass mich einfach nur in Ruhe. Diese Flugzeuge wieder, gell? Ja. Wie war das mit vorhalten? Ah, entschuldigt, Leute. Der muss erstmal weg. Wie viel Schuss haben wir noch? Es gibt Sonder, ihr Sünder. Ich werde beschossen. Ja, da hast du auch recht. So. Da fliegt jetzt eine Schleife. Bombe fliegt. Weg, 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 weg. Alter, du Assi. Unterbeschuss. Schade. Hier kommt das heilige Feuer. Alter, Leute, 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 Leute. Oh, 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 oh. Alter, Winne. Ja, geh leck. Jetzt hat er mich fast erwischt. So. So, da ist der. Ah, da ist der. Ja, da müssen wir hin. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Woher hast du dich jetzt auf? Das schaffe auch nur ich. Da ist noch ein Jägerstand. Da ist auch ein Jägerstand. So. So, passt ihr auf. Ah, da kann ich mir auch wieder ein Helikopter holen. Ja. So, und rein da. Ruhe, dass du den Krugas beim Gefängnis helfen konntest. Grüße dich, meine. So. Sind wir da auch wieder voll? Moin, Chef. Ich hab dein Zeug. Ja. War es schwierig, das Zeug zu finden? Ja. Ich hatte bestimmt Monate gebraucht. Ja, es waren noch Monate. Wenn man einmal so viel Blizzintos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen, äh, Feldversuch starten könntest? Jo. Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also, 95% sicher. Aber wir sollten es trotzdem testen. So, machen wir's. Guti. So. Du hast diesem County einen unschätzbaren Dienst erwiesen, als du den Knast verfreit hast, Deputy. Gerne, gerne. So. So, jetzt können wir shoppen und gucken, was haben wir jetzt... Haben wir noch das Ganze zu... Ah, ich hätte es doch schon mal verkaufen können. Warte. Ist Kappe. Schnellverkauf von Tab. 4000. Das nehmen wir doch. Danke dann. So. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns einen Hubschrauber. Damit kann man nämlich am schnellsten von A nach B... Hä? Wieso soll ich dieses Labor nochmal... Ah, es ist doch wohl nicht wahr. So, was ist hier? Chef, was ist los? Meine Ausrüstung ist sicher. Ja, ich bin da. Ich habe den Doktor erreicht. Ist das ein Fehler? Bitte nicht. Hä? Oh ne, ist das ein Bug? Echt jetzt? Ich habe doch rein theoretisch, äh... diese Aufgabe beendet. Warum... Ach komm schon, ist doch nicht wahr. Wir wollten zu dem. So. Okay, ist diese Mission verbuggt? Kann sein. Oder ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich habe ihn ja... Alles.